Was in dieser Folge geschieht? Die 5€ PSC, der Code Der erste, der das Video zu Ende schaut Hatti, viel Spaß damit Moin Leute, was geht Und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal Heute werden wir Lootboy Packs im Wert Von 10€ öffnen, Jungs 10 ganze Euro werden wir hierfür ausgeben Weil es eine Aktion gibt Und zwar kann man 10 Packs Kaufen und kriegt garantiert V-Bucks oder 6 Monate Fortnite Crew, Fortnite Crew kostet 12-13€ Mal 6, könnt ihr euch denken Wie viel das ist, ist auf jeden Fall Viel mehr als 10€, deswegen bin ich gespannt Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das zu bekommen Ich glaube, die ist sehr gering und ich glaube auch nicht, dass wir Die bekommen werden, wenn wir V-Bucks bekommen Werde ich das auf jeden Fall verlosen am Ende Also guckt das Video gerne zum Ende Lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar Da würde mich freuen, weil das Video kostet 10€ Und das Geld hätte ich schon gerne Wieder drin, ich werde durchs Video eh Ein Minus machen, aber passt schon Leute Ich will gucken, wie Lootboy So gönnt Ich glaube, wir werden nichts Gutes bekommen Ja, was haltet ihr so von Lootboy? Also ich finde Das Ganze sehr schwierig Hat irgendwie was von Glücksspiel Und feiere ich auf jeden Fall nicht so Dass man nicht weiß, wofür man sein Geld ausgibt Aber heute Fürs Experiment Fürs Video für euch Jungs Gebe ich die 10€ aus Und dann schauen wir mal Ich kaufe jetzt die Packs Und dann sehen wir uns gleich wieder Abfahrt So Leute, wir sind wieder da Ich habe jetzt 10€ gerade ausgegeben Hab ein schlechtes Gewissen Leute Ich bereue es jetzt schon Ich weiß, dass wir nichts sehen werden Und ich weiß, dass ich das Geld Nicht wieder rein bekomme Durchs Video Scheiße, Digga Was habe ich nur getan Also Jungs, wie gesagt Schanen ein Like, Abo und Kommentar da Für den Algorithmus Okay Leute, wir öffnen es Hä? Das war das erste Pack Perfekt Perfekt, Digga Ich dachte, wir kriegen jetzt erstmal einen Bonus Oder die 10 Packs werden angezeigt Aber Das war das erste Pack Nur Schmutz Wir öffnen das zweite Pack Perfekt Wieder nur Schmutz Ich werde auf jeden Fall am Ende von einem Spielen Und so die Codes, glaube ich, zeigen Wenn da Zumindest von guten Spielen Womit ihr vielleicht was anfangen könnt Ähm Nur Schmutz Nächstes Pack Ich bin gespannt Auf jeden Fall, ob wir die V-Bucks bekommen Oder Ähm Oder dieses Crew-Mitgliedspaket Schon wieder nur Schmutz Leute, kriegen wir hier auch heute nochmal Äh Was Gutes an V-Bucks oder so Perfekt Schon wieder nur Schmutz Waren das jetzt 4 Packs oder 3 Packs? Leute, 4, 3 Euro Und nur Scheiße Perfekt Lootboy läuft auf jeden Fall Äh Ich fühl mich auch nicht so schwer Ich würde gerne Lootboy-Partner werden Falls ihr Interesse habt Nein, Scherz Leute Wie gesagt Das Ganze ist das System Finde ich auf jeden Fall sehr schwierig Wie ihr seht Haben wir gerade Ich glaube 5 Euro rausgegeben Und nur Schmutz bekommen Auf jeden Fall Nix was mit Fortnite zu tun hat Obwohl das Fortnite Packs sind Leute Wir haben jetzt 6 Euro bezahlt Oder 7 Oder 5 Ich bin mir nicht sicher Ich habe den Überblick verloren Ähm Und haben auf jeden Fall Nix in Fortnite Packs Bekommen Was mit Fortnite zu tun hat Schon wieder nichts Perfekt Digga Wie viele Packs haben wir noch? Schon wieder nicht Perfekt Alles klar Jungs Das wird ein gutes Video 10 Euro haben wir jetzt gezogen In den 10 Packs Nur Schmutz Ich guck mal kurz Ob wir hier irgendwas haben Spielt jemand von euch World of Tanks Leute Dann gönnt euch auf jeden Fall Hier den Code World of Tanks Hier 7 Tage Ach ne Okay Oder auch nicht Perfekt Okay Ne hat sich erledigt Wir öffnen jetzt das Paket Und ich bin gespannt Was wir kriegen Hier auf jeden Fall Wie ihr seht Nur Schmutz Nix was mit Fortnite zu tun hat Nur irgendwelche Billo Games Die keiner spielen will Perfekt Digga Danke dafür Also 10 Euro So Schon mal in Sand gesetzt Wird es diese Aktion Geben Äh nicht geben Wären die Packs Auf jeden Fall nix wert Für uns Jetzt haben wir hier aber Dieses garantierte V-Bucks Oder 6 Monate Fortnite Und das wird jetzt Alles entscheiden Leute War es die 10 Euro wert Bitte lasst ein Like Ein Abo Ein Kommentar Da was ich sonst Minus Macht Leute Ich sag euch Das wird es nicht wert sein Ich sag euch Hier wird nur Scheiße Drinnen sein Wir öffnen es Let's go Oh mein Gott Leute Ich bin nervös Fortnite Crew Wäre schon wild Leute Eigentlich müssen mindestens 1200 V-Bucks Drinnen sein Sonst haben wir Minus gemacht Und das wäre Auf jeden Fall Nicht so lecker Ich bin gespannt 5 Euro V-Bucks Wir haben 5 Euro V-Bucks bekommen Nice Für 10 Euro Fortnite Packs Geöffnet Für 10 Euro Kriegt man glaube ich Mittlerweile 1200 V-Bucks Wir haben 5 Euro V-Bucks bekommen Wir gucken gleich mal wie viele Und sonst auf jeden Fall nur Schmutz Was ist das hier? Aha Hat auch nichts gebracht Also wir haben 5 Euro V-Bucks bekommen 5 Euro PC Pin Für zum Beispiel 600 Also eine 5 Euro PC Karte Haben wir bekommen Und dafür haben wir jetzt 10 Euro bezahlt Sonst ist nur Schmutz drin Ich glaube das können wir alles mal schreddern Und dann können wir nochmal Packs öffnen Aber ich glaube Wir haben hier Absolut nur Schmutz Leute Also das war es mal wieder komplett Mit dem Video Wie gesagt Lasst auf jeden Fall gerne ein Like Abo Und Kommentar da Ich gönne euch natürlich jetzt noch die 5 Euro PC Karte Auf ganz Ehre Leute Könnt ihr gewinnen Danke dass ihr das Video zu Ende geschaut habt Perfekt Leute Wir haben 10 Euro absolut In Sand gesetzt Äh ja Was soll ich sagen Jungs Das hat mich sehr enttäuscht Wie gesagt Öffnet Keine Loot Boy Packs Leute Ich halte davon gar nichts Das ist wie Glücksspiel Ihr seht Guckt mal Man kriegt zwar Sachen Aber das hier ist alles nichts wert Leute Ich meine wer will Was ist das hier? Irgendein Geschenk Oha Ein kleines Geschenk wartet auf mich Was haben wir hier Leute? Perfekt Digga Pepper Woods Leute Will ich mal Pepper Woods gucken? Also auf jeden Fall Wow 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 Wirklich so unglaubliche Sachen Oder guckt mal hier Ich meine Wer wollte noch nicht Coach Bus Simulator Oh mein Gott 3500 Coins für Coach Bus Simulator Nice Das wollte ich schon immer Digga Zum Glück habe ich dafür 10 Euro bezahlt Okay Leute Ich bedanke mich fürs Zusehen Ähm Ich baller jetzt noch die 5 Euro PC für euch raus Und dann hoffe ich auf jeden Fall Dass euch das Video gefallen hat Hier habt ihr Die 5 Euro PC Der Code Der Erste der das Video zu Ende schaut Hat die Viel Spaß damit Ich bedanke mich fürs Zusehen Leute Äh Frohe Weihnachten Wir haben Dezember Das hier ist euer Weihnachtsgeschenk Schon mal vorträglich von mir Danke für den ganzen Support Leute Danke an jenen der liked Abonniert Und kommentiert Kuss geht raus Bis zum nächsten Video Ciao Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Video